Hallo und willkommen zurück zu einer neuen folge von let's play create ja ihr seht vielleicht schon wir haben nun ein fabrikgebäude um unseren schicken aufzug herum mit schöner willkommen schrift ja und ihr seht schon das gebäude ist eigentlich so gut wie fertig geplant wir werden die zwei bis drei stockwerke haben hat mir auch in planungsvideo gesagt und hier drin seht ihr schon ist einiges neues das werden wir uns gleich anschauen wir gehen mal ganz kurz außen rum eigentlich ist das sehr ein simples design mit halb und ein bisschen hier konkret und ihr seht schon ich bin ein paar mal öfters doch gestorben wotr genau haben wir so ein bisschen fensterrahmen hier drin haben wir noch mal diesen kleinen aufzug der uns dann in die zweite etage bringt und dass den den weg werden abreißen das brauchen wir nämlich nicht mehr über 10 warum genau wie ein ganz großes fenster und und darüber reden wir einfach mal nicht auch hat die baumfarm schon wieder alles bauen wir auf auf gegessen wie wir haben wir denn jetzt 9000 acht uhr idee 9 oder war das 100 egal genau wir gehen einfach mal rein sage ich mal so und ihr seht wir haben ein wunderschönes eingangstor das sich langsam öffnet und es bleibt jetzt auch eine zeit lang offen bis es sich wieder schließt da oben sehen wir dann so ein bisschen technik wie das mit dem licht hier funktioniert dafür haben wir nämlich hier auch diesen einen lichtschalter weil ich die zum umwege alles düster botenbeleuchtung bleibt immer an damit man zunächst damit keine monster hier drin sporen das ist nämlich auch immer so eine sache genau da machen wir das licht einfach mal wieder an und wir rufen den fahrstuhl hoch und ihr seht wir haben ja schon eine kleine neue construction dran fahrstuhl steht jetzt sogar dann da ist er ja da ist er wieder genau und hier hinten haben jetzt auch so etwas das fährt hoch damit man von hinten nicht hier in diese kleine gruppe fallen kann weil ich die nämlich zu baue haben problem wegen dem redstone link weil der sorgt dafür dass man losfahren kann ja wir setzen uns mal hier hin und da geht es auch schon abwärts und ihr seht schon was ich hab endlich mal unseren fahrstuhlgang hier ausgekleidet seht ihr schon hier ist ganz viel technik so genau ich bin nicht der beste in kämpfen ja ihr seht hier es hat noch mal unsere gold und so produktion wie wir haben wir denn momentan 21 johann guter preis ich habe jetzt einfach mal roten beton da gemacht ich finde das passt er zu mir und da muss ich noch mal zubauen und ihr seht wenn wir überall licht jetzt angeschlossen und ja keine ahnung hier bei euch vielleicht ein schlafzimmer noch hin oder so und ihr seht hier ist unser lager das habe ich aber in der ok das habe ich dann hier in der letzten folge schon gezeigt so ein bisschen wir haben jetzt auf jeden fall ein paar mehr alter passiert 5000 glas wie wasser einmal mehr auch gut und hier ist dann ein autografter und ihr seht der ist aufs beat also halleluja genau dann haben wir hinten eine schicke eier fahren wie viel haben wir denn 162 ist auch ein guter vertrag genau und dann haben wir hier noch eine kleine weizen fahren und ihr seht schon das sieht ein bisschen verpackt aus das ist aber nicht wir haben nämlich ein portables deutsch interface das ausfährt und dann items da überträgt und die werden dann automatisch hier ins weizenfach eingelagert 42 weizen haben wir schon genau die dinger die hier im boden sieht das ist dann die energieübertragung von unserer hauptenergie hier hinten über diese ja chassis glaube ich und die werden dann hier noch mal beschleunigt um dann hier den autografter zu beschleunigen hier habe ich es noch nicht gemacht deswegen ist hier einfach eine konstante linie da geradeaus zu ihr seht wir haben eine nautilusschale zwei stück sogar die haben wir nämlich von einem händler da draußen entstand der jetzt aber von zombies gedötet wurde ja und ihr fragt euch sicher wie kommt man da hinten in die tür das kann ich euch erklären und zwar noch gar nicht hey ich habe ja spätestens hier vorher noch alles zugebaut jetzt kommt man da nicht mehr rein also gut gemacht ja genau hier kennt ihr ja alle schon hier wird natürlich auch noch mal zugebaut und wir schalten das licht aus dann seht ihr mal wie düster es wird oh ja und ihr seht es ist alles dunkel also jedes licht ist hier angeschlossen das ist aus der rest die ist aus und damit wir keine monster probleme kriegen machen jetzt mal ganz schnell wieder an ja wie ihn aber es wird auch ein bisschen mehr vermehren aber momentan reicht es auch 62 davon engels 65 diamanten 458 redstone also hallo ja 15 wird konkret und dann machen wir noch konkret powder einfach daneben ja mehr ist eigentlich noch nicht passiert aber es war wirklich wieder ein paar stunden arbeit und was soll man so zu sagen weil sonst man kann auf die technik gucken das finde ich natürlich auch wieder eine coole idee ok das war merkwürdig aber was haltet ihr von diesem kleinen fabrik gebäude schreibt in die kommentare hätte es gemacht sich mal er hat gerufen und dann scheiße und dann seite fallen immer wieder runter cool jetzt hat mir mal echt ein bett zu legen oder wie sagen findet dass ihr eingeschalten habt macht gut und schau oder wie redgamer